jo leute was geht herzlich willkommen zurück auf meinem kanal du redhut heute zum spoiler review zu star wars episode 8 die letzten jedi bevor wir anfangen wie gesagt spoiler review also wer wirklich keine spoiler will ich werde hier krasse spoiler sagen bitte schaltet einfach ab oder beschwert euch danach nicht gut star wars episode 7 wurde sehr gemischt angenommen viele haben gesagt voller krasse episode vier abklatsch und so ich muss sagen ich fand es okay war definitiv kein wirklich mega guter star wars film ich fand er war okay er war ein guter start und umso öfter ich ihn geguckt habe umso besser fand ich ihn lustigerweise und ich fand auch kylo ren ganz cool ray fand ich uncool fand ich also nicht uncool fand ich mega so nicht schon wieder so es ist wieder dieses sie ist so stark sie kann alles alles das fand ich kacke und das für mich eines der größten probleme an episode 8 ray ist einfach zu stark also fangen wir mal so an ich werde jetzt nicht auf alle aspekte der story eingehen ich werde hauptsächlich darauf eingehen was ich gut fand was ich nicht so gut fand fangen wir erstmal mit dem negativen an das negative das erste die witze der film hat an manchen stellen zu krampfhaft probiert lustig zu sein beziehungsweise meiner meinung nach an den falschen momenten wo es eigentlich ernst sein soll wo man so mittendrin ist und dann kommt so ein richtig meistens sogar flacher joke und man wird so mega rausgerissen das hat mich schon echt genervt was mich dann halt auch ja genervt hat ist erstens luke beziehungsweise ray und luke denn ray geht zu luke will trainiert werden luke will erst nicht dann sagt er doch er bringt ihn genau zwei lektionen bei also in das zumindest das was man sieht die nix mit kämpfen zu tun haben sondern nur die niedrigste grundlage der macht sind die wirklich das aller niedrigste was ist die macht gut und böse und das war es eigentlich schon und auf einmal fliegt sie dann zu ihren verbündeten will den helfen ehrlich gesagt also was hast du für den verbündeten sie fliegt ja zu kailo da ihr in spoiler review schaut kennt ihr den film ja sie will zu kailo fliegen wen davon überzeugen dass er doch die seite wechseln kann und auf einmal kann sie übel krass kämpfen ich meine sie tötet da diese krassen guards von snoke ich muss ja sagen also sie hat zwar ein laser schwert und so aber es sind nun mal die gar die wachen von snoke die wohl mächtigste person eigentlich im star wars universum und sie ich glaube zwei oder drei von denen und kailo schafft auch gerade mal so 34 von denen und das finde ich einfach ich meine ja klar kailo ist auch noch ein paar da waren ein schüler aber das ist doch einfach nur dumm leute und die verbindung zwischen kailo und ray fand ich auch irgendwie ist das also snoke hat ja gesagt dass er die verbindung wohl geschaffen hat aber das ergibt irgendwie überhaupt keinen sinn weil sie danach ja auch noch verbunden waren quasi und snoke war irgendwie übel der komische typ so er ist ja gestorben und das war das das fand ich auch mega dumm weil bei palpatine war das so selbst wenn man die prequels nicht gesehen hat man wusste es ist richtig böser typ richtig böser typ man hat ihn richtig gehasst man wollte dass er stirbt aber bei snoke der war so der ist wohl angeblich böse aber man hat nie gesehen wie er was böses gemacht hat oder man hat ihn davor noch nicht mehr ordentlich gesehen wie er irgendwie so weißt du er ist noch nicht mehr böse oder ernst so wirklich aufgetreten und als er dann gestorben ist habe ich mir so gedacht ja ist halt mega verschenkt das potenzial man weiß auch immer noch nicht wer ist nach dem film und ich weiß nicht das war einfach und dann ist kailo jetzt quasi der neue anführer und dieser general hax hex hax hieß er glaube ich ist auch der absolute dolly kopf das waren aber ich sage mal so das war jetzt schon mal das negative jetzt kommen wir zum positiven was deutlich überwiegt fangen wir an das erste dem style es ist aus episode 7 war ja von jj abrahams war da der regisseur und das hat man mega gemerkt immer mit seinen lens flares und immer so was und ich muss sagen das hat mir jetzt im achten teil doch schon deutlich besser gefallen da meistens naja ja dunklere tiefere stimmung herrschte was ich gut fand was ich auch gut fand ist halt diese verbindung kailo wird ja dann oft halt mit ray verglichen da sie wohl auch die gleichen ansätze in der macht haben dass sie halt und unkontrolliert ist und ich finde es halt cool dass wenn die da auf der insel sind dass es quasi so ein bösen bereich der insel gibt weil halt alles gleich ist es gibt in der szene sieht man das ja es gibt leben zerstörungen licht dunkelheit und so weiter und das fand ich cool noch mal verschenkt das potenzial ist einmal als die szene kam wo ray eigentlich erfahren will wer ihre eltern sind sieht man sie sieht sie sich ja dann selber quasi im spiegelbild aber kailo sagt zum schluss dass ihre eltern nur irgendwelche schrottypen waren und das fand ich mega so hoch mann so verschenkt hätte er wenigstens gesagt so dass dass es keine eltern gibt weil das wäre dann so wie bei aniken so mäßig dass er ein kind der macht ist und es ist nicht wirklich ein vater gibt so war das ja soweit ich das weiß und das hätte ich halt viel besser gefunden ist zwar immer noch nicht so die mega befriedigende antwort aber es ist besser als jetzt so ein scheiß mit ja es waren halt übelste säufer die haben dich verkauft und du kannst halt zufällig übel krasse macht das fand ich so geht es weiter mit diesen hacker typ wie auch immer der heißt also man muss erst mal sagen finn und diese rose die wollten ja eigentlich diesen eingestimmten hacker typ finden so kurzer cut da war gerade die batterie von der kammer leer jedenfalls leute was sagen wollte die olle oma ich habe echt keine ahnung wie sie heißt die wollte ja dass sie den hacker finden und der sie hat gesagt er hat eine rote blüte auf der waffe aber der typ wo sie eigentlich erst gedacht haben dass es ist hatte nur blüte hier so auf der jacke deshalb ergibt das auch keinen sinn und dann ist halt da ist halt jetzt das problem den hacker typen den sie jetzt gefunden haben selbst wenn das ist das ist jetzt außer frage gestellt weil das wurde ja weiß man ja nicht man hat ja nichts von der blüte gesehen oder so er ist dann einfach weg das ist auch ein problem was ich mit dem film habe er also ich finde wenn es fortsetzung zu filmen gibt sollten die fortsetzung immer auf den davor kommenden teil setzen ja aber das problem bei dem film fand ich war so ein bisschen dass er so ich weiß nicht dass er so viel offen gelassen hat damit das dann mit der letzten also mit der letzten von der neuen trilogie dann mit episode 9 perfekt so ineinander kommt und da fühlt man sich wenn man jetzt nur den achten teil guckt meiner meinung nach so ein bisschen verloren so ein bisschen ins kalte wasser geworfen und ja captain phasma fand ich war auch der kampf war viel zu kurz und auch ziemlich langweilig die hätte eigentlich viel mehr rasieren müssen ist ja ein krasser chrome einmal immerhin ja jetzt noch ein bisschen positives der kampf an sich als ray mit kylo gegen die wachen von snoke gekämpft hat fand ich mega cool sah mega cool aus mit der zeitlupe wie sie ihre fähigkeiten eingesetzt haben auch da hat reid zwar über den komischen move gemacht und zwar hat sie als sie das laser schwert fallen gelassen hat in der luft gecatcht und ihnen dann so aufgeschlitzt ich fand es auch überraschend brutal lustigerweise dafür dass vor allen dingen disney ist eine sache die mich die ich auch komisch fand nicht unbedingt schlimm ist was leer auf einmal für krasse macht moves hat sie wird einfach aus der kommando zentrale raus gesprengt ist im weltall für mehrere sekunden und zieht sich dann einfach oder es sieht einfach aus als ob sie wie superman fliegt fliegt wieder zum raumschiff zurück also das problem daran war einfach dass sie halt wirklich so die hand ausgestreckt hat und es sah aus als ob sie so extra fliegen will es wäre cooler gewesen ich weiß nicht wie man es cooler machen hätte können als wäre sie da quasi einfach so hingezogen wurden oder sowas aber so mit der hand saß einfach aus als sollte sie superman sein ja ich fand es aber auch ziemlich interessant dass halt kylo eben nicht seine mutter getötet hat was halt auch wieder so seinen inneren konflikt gezeigt hat fand ich cool sind auch generell kylo war in dem film cool äh an manchen stellen hat er sich echt dumm angestellt aber er war cool und jetzt kommen wir noch zum ende weil das das einzige was mir jetzt noch wirklich einfällt so als luke dann kam als geist erstmal eine sache die ich mega cool fand ist dass die auf die details geachtet haben dass er dann braune haare hatte einen ordentlichen bart und so und quasi jünger aussah weil es seine geistform ist ähm und sich kylo quasi genau an die form erinnert und nicht jetzt an seine mit den grauen haaren und langen und so ähm ja ich hätte außerdem gerne noch mehr vom ähm von den schülern gesehen die ähm ja luke halt auch trainiert hat weil er hat ja auch erzählt dass kylo ein paar mitgenommen hat und das hat man ja als anspielung in episode 7 ja gesehen ein von in dem in der vision von ray wo kylo mit mehreren leuten da stand ähm das finde ich ein bisschen schade was ich auch doof fand ist dass halt luke nicht wirklich gekommen ist und dann zwar trotzdem gestorben ist ich hätte es cooler gefunden gefangen gefunden wäre er da wirklich hingegangen und hätte einen auf obi wan gemacht und hätte sich dann halt wirklich dann so er hätte ihn da war das hat sich so perfekt angeboten sie haben erst gekämpft dann war luke ganz ruhig hat sein laserschwert weggetan und da hätte er einfach den obi wan move machen müssen sich schlagen lassen und dann einfach verschwinden das hätte so gut gepasst aber nein es ist nur ein geist wobei ich da auch wieder sagen muss der style von dem kampf war mega gut mit der mit dem salz auf dem boden was dann unten drunter rot war das hat richtig gut gepasst ich fand es auch mega cool dass sie so viele puppen benutzt haben denn die porcs hat man gesehen dass das auch mit puppen war joda dass sie die puppen version genommen haben fand ich auch cooler weil das eine tierwoche verbindung dann mit der original triologie hat wobei da jetzt noch ein punkt kommt ich finde es schade das gilt eigentlich aber bei fast allen star wars filmen bis jetzt so dass wenn die anspielungen auf andere star wars filmen machen es irgendwie immer nur anspielungen auf die original triologie ist und nie auf die prequels ich meine ja die prequels waren jetzt filmmäßig vielleicht nicht die besten aber sie gehören so was von zu star wars dazu und deshalb verstehe ich halt immer nicht warum man die so quasi auslässt als wären sie nie geschehen denn ich persönlich muss sogar sagen ich finde die prequels gar nicht so schlimm aber das ist ein thema für ein anderes video mehr fällt mir jetzt nicht ein also insgesamt kann ich sagen der film hat mir sehr gut gefallen bis halt auf die sachen dass er mich an ein paar stellen einfach enttäuscht hat und meiner Meinung nach zu viel potenzial offengelassen hat wenn das ganze natürlich dann im neunten teil weitergeht und dann wirklich perfekt zusammengeknüpft wird dann ist das mega mega geil würde ich quasi auch ein update zu der episode machen aber bis dahin ist es halt einfach noch so zu zu leer quasi und ja deshalb gebe ich den film im b also gut er war gut nicht gut plus oder was auch immer einfach nur geradeaus gut ich glaube so kann man es am besten sagen übrigens war ich auch noch mit einem freund im kino dem eddie kenne vielleicht auch so ein star wars mit der front 2 video jedenfalls er würde den film sogar b plus geben er fand auch ganz gut bis auf ein paar sachen die halt die ich jetzt auch gesagt habt ihr auch nicht so ganz korrekt fand er auch mit dem verschenken potenzial ich würde sagen ob der film noch besser wird in meiner meinung nach hinkt wirklich ganz von episode 9 ab wenn sich das schön verknüpft und auch ein schönes rundes ende wird dann wäre das mega cool so und jetzt noch mal kurz quasi so wie ich die geschichte ein bisschen cooler gefunden hätte und zwar wenn rave so ziemlich den kompletten film bei luke auf der insel gewesen wäre und wirklich nur trainiert hätte wirklich nur trainiert meinetwegen hätte kylo fast den kompletten widerstand auslöschen können so wie es halt auch geschehen ist und dann wäre sie zum schluss vom film wieder los geflogen und im neunten teil gäbe es einen richtig richtig geilen kampf denn dann würde es auch sinn ergeben dass ray mit ihm mithalten kann und so dass die macht ziemlich gleich auf ist und das hätte ich so gut gefunden weil ich auch sagen muss ich habe keine ahnung was jetzt mit leia passieren soll denn carrie fisher ist ja leider letztes jahr gestorben und der charakter ist halt im film nicht gestorben deshalb habe ich keine ahnung wie es weitergehen soll also das könnte gut werden es könnte kacke werden wenn sie offscreen stirbt aber na gut ich würde sagen das war es jetzt erstmal zu dem video es tut mir leid wenn ich so durcheinander gesprochen habe eure meinung zu dem film bitte unbedingt in die kommentare können wir auch ordentlich mal ein bisschen drüber diskutieren und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder Leute ciao bis zum nächsten Mal